Moin Leute, wir erklären euch heute, wie Metalle in Metallsalzlösungen reagieren. Wir sind Pavel und Pascal und wir sind heute mit unserem Freund Einstein hier. Und er wird euch erklären, wie sich Metalle in Metallsalzlösungen verhalten. Wir haben zwei Beispiele herausgesucht, die das Thema näher bringen sollen. Dafür brauchen wir zwei Reagenzgläser, eine Kupfersulfatlösung, eine Zingsulfatlösung, einen Nagel, Kupferspäne, einen Reagenzglasständer und eine Pipette. Zuerst brauchen wir ein Reagenzglas und packen ihn in den Reagenzglasständer. Jetzt brauchen wir eine Pipette und holen die Kupfersulfatlösung und geben sie in das Reagenzglas hinein. Beim ersten Experiment nehmen wir den Eisennagel und tun ihn in die Kupfersulfatlösung. Nach einigen Sekunden sollte sich eine bräunliche Kupferschicht um den Nagel herum bilden. Für unser zweites Experiment brauchen wir auch eine Pipette und nehmen jetzt aber eine Zingsulfatlösung, tun sie in unser Reagenzglas. Jetzt nehmen wir Kupferspäne und legen sie in diese Zingsulfatlösung hinein. Aber egal wie lange wir sie da drin lassen, es wird einfach nichts damit passieren. Und wir werden euch gleich in dem nächsten Clip erklären, woran das liegt. Die Antwort auf deine Frage kann ich beantworten, mit der Redox-Reihe. Diese zeigt die Metalle auf und ob sie eher edel oder unedel sind. Wenn das Metall edlere Ionen hat, dann setzen sich die Ionen aus der Lösung dort ab. Aber wenn die Lösung edler als das Metall ist, passiert nichts, weil keine Ionen abgegeben werden können. Die Ionen in der Lösung werden zu Atomen reduziert. Dadurch wird die Lösung nicht mehr so blau sein. Also die Blaufärbung nimmt ab. Bei den Teilchen am Nagel wird eine Elektronenübertragung durchgeführt. Die Kupferionen nehmen zwei Elektronen auf und sind dadurch zu Kupferatomen reduziert. Das ist die bräunliche Schicht am Nagel, die wir euch vorhin gezeigt haben. Die Eisenatome im Eisennagel sind die Elektronenatoren. Die sorgen dafür, dass die Lösungen gelb werden. Und die geben jeweils zwei Elektronen ab. Bei dieser Lösung passiert nichts. Das erste Experiment mit der Kupfer-Sulfatlösung funktioniert, weil der Eisennagel unedler als die Lösung ist. Das zweite Experiment scheitert, weil die Kupferspäne edler als die Zung zur Fahdlösung ist. Das Video ist jetzt beendet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.